Übrigens, Mannheim rufen die Leute ja eigentlich nicht Olé, weil in Köln rufen wir ja Köln, Allah! Weißt du was die Mannheim rufen? Nee. So testen? Ja. Ein dreifaches Mannheim! Ahoi! Ahoi! Das ist ja sehr krass, oder? Das ist ja sehr krass. Seemann-Ration! Ja, sehr krass. Oh, jetzt kommt's doch was Böses. Ja, 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 ja. Okay, wenigstens! Necik Tekulu. Äh, du, äh, der Türkei war ja jetzt grad mal. Ja! Ja, ich war da. Hast du gewählt? Ja. Oder darfst du machen? Ja, ich darf wählen. Ich habe beide Staatsbürgerschaften. Darfst du dann zweimal? Ich darf zweimal. Ich darf da wählen und hier wählen. Das ist ja fies. Nö, ich wähle nicht voll. Oder zehn ist dann immer nur die Hälfte quasi? Nö, es zählt voll, aber es nützt ja nichts. Was ich wähle, das kommt ja nicht. Aber die in der Karpelle haben jetzt was Tolles geschafft. Also die haben schon mal was Tolles geschafft. Vor zehn Jahren haben die einmal das ganze Parlament rausgewählt. Keine einzige Regierungspartei kam noch mal ins Parlament und die gesamte Opposition kam rein. Und jetzt haben Sie was noch besser gemacht? Das liegt aber daran, dass die ja auch zehn Prozent höher haben. Genau. Also, die FDP gibt Sachen. Die hat überhaupt keine Sachen. Also es soll auch seine guten Sachen. Nun, die haben fünf Leute wählt, die im Knast sitzen. Ja, die sind jetzt Sonntag. Die sind ins Parlament gewählt worden. Und das ist so die Balance-Konisierung der türkischen Politik. Also wir wählen nicht die, die im Knast gehören. Die wählen schon die, die schon drin sind. Die überholen unsere Fragen. Ja, ja. 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 Da haben Sie ja auch gesagt, also, wenn der Jörg Kachelmann das noch ein bisschen ausgehalten hätte, mit seinem Willi da im Knast, der wäre jetzt im türkischen Parlament. Ja. Hätten Sie, hätten die Liberalen schön Anzeigenkampagne machen können. Free Willi. Kachelmann, der Frauenbeauftragte der FDP. Ist der Kachelmann bei der FDP? Ja. Gefühlt. Gefühlt, ja. Meinst du? Ja, liberal ist ja, was die Frauen anbelangt. Also da hat er sehr liberal ist. Ah, das stimmt schon. Ja. Ja.